Jo Leute, was geht? Worauf habt ihr gerade Hunger? Chick-McNuggets, Big Mac oder vielleicht ein Big Tasty Bacon? Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Das werden wir zusammen herausfinden. Und zwar in einem neuen Horrorspiel von Ronald McDonald. Und warum sitzt er da gerade auf der Parkbank? Ähm, Bruder, ich finde dich extrem creepy. Gut, dass der auf jeden Fall nicht mehr existiert. Ähm, was chillt der da gerade auf der Parkbank? Wo ist Ronald McDonald hin? Oh mein Gott. Ich habe mein eigenes Restaurant eröffnet. Es ist sehr erfolgreich gewesen, aber ich hatte für einige Jahre Competition. Diese Konkurrenz hat viel bessere Hamburger gemacht. Deswegen wollte ich diesen Ort infiltrieren und dort mal eine Nacht bleiben und die Geheimformel stehlen. Oh mein Gott. Ja, Mann. Die geheime Big Mac Soßenformel. Heute spielen wir nämlich, Leute, tatsächlich ein McDonalds-Horrorspiel. Und Leute, wenn ihr einen weiteren Part haben wollt, es gibt noch ein paar andere McDonalds-Horrorspiele, dann, Freunde, bitte zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Es gibt so viele Interessante von diesen McDonalds-Horror-Games. Und deswegen würde ich sagen, wir starten. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und ja, Mann. Ronald McDonalds. Alles gut bei dir, Bruder? Ja, Mann. Ich glaube, er fühlt sich sehr, äh, äh, ich glaube, ihm geht es ganz gut, oder? Let's go. Ab geht's ins Spiel, Freunde. Okay. Wir haben drei Leben. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, so ein Survival-Game. Und da ist es, Leute. Tipp. Äh, um mit Sachen zu interagieren, äh, drücke E und lass sie mit G los. Alles klar. Wir sollen, Objective, die Geheimformel stehlen, Freunde. Das ist ja wie, äh, bei, bei Mr. Krabs irgendwie. Nur, dass wir jetzt halt die geheime Big Mac-Soße haben wollen. Okay. Die Musik ist sehr creepy. Und wir haben irgendwie so einen richtig alten Filter drauf. Als wäre das noch so ein alten Röhrenfernseher. Okay. Warte mal. Man muss sich verstecken. Oh nein. Bitte sagt mir nicht, dass man sich verstecken muss. Okay. Da ist auf jeden Fall der McDonalds, Freunde. Und ich finde so, wie gesagt, ich, äh, hab auf jeden Fall jetzt Bock auf so einen kleinen Burger. 24 Stunden. Ey, Leute, ich liebe es, wenn Restaurant 24 Stunden... Wer war das da hinten gerade? Das muss wohl ein Mitarbeiter sein. Ey, entschuldigen Sie. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich hätte gern, äh, Big Tasty Baked Menü, Pommes, Cola, Ketchup. Kann ich hier irgendwie rein? Hallo. So, yo. Äh, können Sie mir weiterhelfen? Hallo. Wait. War das McDonalds? Alles klar. Warte mal kurz, Freunde. Ich hab extrem Angst vor diesem Clown. Hier. Oh mein Gott. Sieht er mich? Ich glaub, er sieht mich. Ey. No way. Hey. Hum. Ähm, ey. Ähm, ich mag Ihre Burger nicht. Ähm, okay. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab Coupons. Äh, ich hätt gern Coupon 201. Ist das okay? Sechster Chicken Nuggets? Bring doch bitte endlich die doppelten Sechster Nugget Coupons wieder raus. Ähm, ich hab's nicht so gemeint. Kann ich bitte rein? Oh mein Gott. Leute, Ronald McDonald verfolgt mich. Können Sie meine Bestellung vielleicht im Restaurant aufnehmen? Äh, nicht direkt vor mir. Oh mein Gott. Okay. Lauf. Lauf, Bruder. Ey, ich bin so langsam. Ich glaub, Diagonal bin ich schneller als so. Oh, yo, 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 yo. Wohin, 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 wohin. Runter, runter, runter. Sieht er mich? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Oh, der ist da. Der ist da. Bitte. Nein. Er darf mich nicht sehen. Er darf mich nicht sehen. Oh mein Gott. Alter. Ich bin hier um die Geheimformel. Oh nein, 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 nein. Bruder. Ey, nice Schuhe, Alter. Wo hast du die hergeholt? Sind das die neuen? Die neuen? Okay, Alter. Ich versuche hier ganz entspannt zu bleiben, Freunde. Ganz entspannt. By the way, habt ihr schon ein Abo da gelassen auf diesem Kanal? Falls nicht, tut's mal gerne. Dann gibt's auf jeden Fall den nächsten Part. Okay. Ähm. Oh mein Gott. Okay. Alter. Deine Hose sieht ein bisschen nass aus hinten. Hast du dir vielleicht... Ja gut. Ich weiß nicht, ob die Toiletten funktionieren, aber... Es gibt's hier keine Mitarbeiter. Okay, kann ich mich wieder bewegen? Ich glaub schon. Wie kann ich... Ey, yo. Wie komm ich hier raus? Ey, yo. Wie komm ich hier nochmal weg? Ey. Wie geht das hier nochmal raus? Hallo. Wie war das Tutorial? Äh, ich komm hier nicht mehr raus. Hallo. Ähm. Entschuldigen Sie. Oh, yo. So geht's. Oh nein. Oh nein. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er weiß... Nein. Nein. Er hat mich gesehen. Nein. Hat er mich gesehen? Ha. Nein. Oh nein. 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 Oh, Mann, Leute. Wir haben das erste Leben verloren. Oh mein Gott. Oh, wir starten direkt wieder hier. Zwei Leben noch übrig. Alter. Ronald McDonald. Bleibt doch mal cool, ey. Okay, ich würd sagen, Freunde, bevor wir in den Laden reingehen, wir schauen uns erstmal um, was man hier alles hat. Okay, wir haben hier auf jeden Fall... Oh, nice. Ein Coca-Cola-Automat. Leider kann ich nicht erkennen, was für Getränke die haben und ich komm dort auch nicht hinein. Warte mal kurz. Warum kann ich damit interagieren? Kann ich vielleicht den Müll rausnehmen? Haben die hier irgendwie einen Geheimzugang? Vielleicht gibt es einen Hintereingang oder so. Da geht es leider nicht rein. Alter, ich mag das nicht, dass dieser komische Filter drauf ist. Der war gerade eben noch nicht so. Warum ist dieser Filter jetzt plötzlich so schlimm, ey? Der war doch gerade echt nicht so. Interagieren. Okay, wir verstecken uns mal. Okay, wo ist Ronald McDonald, Freunde? Oh, da hinten geht es rein. This needs a key. Wir müssen also irgendeinen Schlüssel sammeln, um dort reinzugehen. Aber wo ist Ronald McDonald, Freunde? Ich sehe ihn kaum. Da hinten ist ein Happy Meal. Sollen wir uns das Happy Meal schnappen? Da sieht ein leckerer Burger aus. Wahrscheinlich noch einer von diesen alten Signature Collections. Aber wo ist Ronald McDonald jetzt? Mal Real Talk. Ey, okay. Mit Leertaste können wir ab. Alles klar. Scheint halt wirklich nicht da zu sein. Okay. Happy Meal. Let's go. Haha. Nice. Ein Happy Meal. Oh, nein. 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 Oh mein Gott. Yo. Nein. Sorry, dass ich eine Happy Meal geklaut habe. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein. Nein. Oh, ein Fragezeichen. Cool. Was ist da drin? Nein. Ronald McDonald. Ah. Nein. Oh mein Gott. Nein. Okay. Das ist... Das kam plötzlich. Der hat sich in der Küche verstärkt. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja richtig schwer, Freunde. Wie soll ich denn an die Geheimformel... Bro. Nein. Ey, yo. Okay, warte mal. Ich versuche mal abzuhauen. Diagonalrennen. Diagonalrennen ist schneller. Diagonalrennen ist schneller. Ja, wer Spiele programmiert, der geht sich aus. Okay. Schnell, 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 Leute. Schnell. Wir nehmen das Happy Meal. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wo ist das Happy Meal? Das Happy Meal ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Versteck dich. Versteck dich. Okay. Wir sind in der Küche. Wir sind in der Küche von Ronald McDonald drin. Ah. Ich mag das nicht, dass das ganze Bildschirending so rumglitscht gerade. Ich sehe ihn kaum. Wie viele Knöpfe muss ich drücken? Äh. Welchen Knopf? Oh, yo. Kuh. Das war wahrscheinlich Kuh. Okay. Wie kann ich die Tür schließen? Oh, Hilfe. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Bro, er steht direkt neben mir. Er steht direkt neben mir. Okay. Alles cool. Wir können wieder raus. Kann ich die Tür vielleicht schließen? Let's go. Wir können die Tür schließen. Okay. Jetzt können wir weitermachen. Aber dieser Glitch-Effekt, Freunde, der ist ziemlich nervig. Und ich glaube, da hinten ist die Geheimformel. Freunde, das ist nicht wie beim Tresor. Happy Meal hier reintun. Dieses Happy Meal ist leider weg. Oder war es ein Bad? Oh, Bro. Wo ist dieses Happy Meal? Oh, Gott. Nein. Ronald? Er steht dort. Er steht direkt dort. Oh, Gott, Alter. Ich muss zurück zum Happy Meal. Bro, er bewegt sich nicht. Oh, nein. Oh, nein. 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 Hat er mich gesehen? Nein. Okay, Bro. Wie soll ich an das Happy Meal rankommen, wenn der die Gunt... Wo ist er jetzt hin? Hä? Ronald? Ronald McDonald. Wo bist du? Wo ist er hin? Hallo? Ronald? Oh, yo. Oh, yo. Oh, mein Gott. Das Spiel ist voll schwer, ey. Habe ich mich gerade erschrocken. Was passiert jetzt? Oh, yo. Das ist das erste Ende. Es gibt drei Enden in diesem Spiel. Oh, mein... Oh, mein Gott. Und was nimmt er jetzt? Was? Eine Bombe? Oh, der... Er hat sich selbst gesprengt. Das Ende eins. Oh, mein Gott. Es gibt zwei Enden noch in diesem Spiel. Ich glaube, das zweite Ende muss wahrscheinlich das sein, wenn wir die Geheimformel stehlen. Aber was ist das dritte Ende? Okay, let's go. Auf geht's, Leute, in eine neue Runde. Und ey, es glitscht nicht mehr. Es glitscht nicht mehr. Endlich kann ich das Spiel normal spielen. Okay. Freunde, dann würde ich sagen, wir probieren es auf jeden Fall. Da ist Ronald McDonald. Okay, wir werden versuchen, es zu schaffen, irgendwie in die Küche zu gehen. Weil da war das Happy Meal. Da war das Happy Meal, Freunde. Ich hoffe, dass er mich nicht sieht. Oder warte, vielleicht ist es doch schlau, ihn zu sehen, damit wir uns verstecken können. Okay, er geht dort. Er geht da hinten hin, Leute. Er geht ins Bad. Er geht ins Bad. Okay, das ist unsere Chance. Jetzt gehen wir rein. Das hat er safe gehört. So, nehmen wir das Happy Meal. Schließen die Tür erstmal ab. Okay, und jetzt tun wir das Happy Meal hier drauf. Genau, so ist gut, so ist gut. Okay, so. Was steht hier drauf, Freunde? The Burger needs Patty, Onion and Lettuce. Okay, also wir brauchen... Oh, yo, wie creepy das aussieht, wie er da hinten steht. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Holy moly, Alter. Bruder. Bro, wo ist der Typ gerade? Wo ist der Typ? Wo ist Ronald McDonald jetzt? Ich habe so Angst jetzt. Weißt du was? Komm, Leute. Oh, er steht immer noch da. Wo geht der hin? Er sieht mich. Wenn er sich jetzt umdreht, sieht er mich. Oh, Ronald. Was haben sie mit dir getan? Oh, Ronald. Ich habe ein leckeres Happy Meal für dich. Hoffentlich gibt es da leckeres Spielzeug. Warte mal. Spielzeug isst man ja gar nicht. Okay. Ich würde sagen, Freunde, wir nehmen erstmal die Zutaten. Oh, Bro. Ich habe keine... Oh, Gott. Er ist direkt davor. Freunde, ich hoffe nicht, dass er mich sieht. Ich habe die Tür abgeschlossen. Wenn ich Glück habe, sieht er mich nicht. Wo ist er jetzt? Ich näher mich am besten nicht zu sehr den Sachen an. Okay. Let's go. Wir haben den ersten Burger gemacht. Und wir müssen irgendwie das hier aufmachen. Aber irgendwie klappt das nicht. Okay. Jetzt müssen wir noch die Zwiebeln holen. Zwiebeln. Okay. Let's go mit den Zwiebeln. Oh. Die sehen auch echt nicht schlecht aus, die Burger. Real talk. Ist das so ein Double Big Mac, aber ohne Patty, ohne Burger, stattdessen Doppel-Pattie? Ich glaube, das ist ein doppelter Hamburger Royal Käse. Oh, lecker Schmecker, Freunde. Eine schön kalte Patties hier drauf. Let's go. Okay. Wir haben die Burger. So. Tür auf. Warum geht die Tür nicht auf? Oh mein Gott. Wir hatten noch ein zweites Zimmer, Freunde. Oh. Warte. Da hat das Brot gebacken. Oder gekühlt. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, es sieht eigentlich relativ schon ähnlich aus wie McDonald's. Nur bei McDonald's hast du noch hier so einen Mittelgang. Und dann machst du deine ganzen Sachen. Oh. Ich habe jetzt so Angst rauszugehen, Freunde. Ich habe jetzt so Angst rauszugehen. Weil er könnte halt wirklich straight überall sein. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Sollen wir jetzt einfach laufen? Er ist jedenfalls nicht hier in der Küche. Oh mein Gott. Oh, der sieht so lecker aus. Lecker Schmecker, ey. Oh, ich höre seine Musik. Ich höre ihn. 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 Oh mein Gott. Alter, war er mir nah dran. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Hallo, Ronald. Ich habe ein leckeres... Keine Ahnung, was habe ich für dich. Vielleicht willst du... You know, you want a happy meal. You want a happy meal. I want a happy meal too, my friend. Okay. Schnell, 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 schnell. Verstecken, verstecken. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Wir müssen es schaffen, Leute, in dieses Bad reinzugehen. Bitte. Yo, er geht. Er geht, er geht, er geht, er geht. Okay, er sieht mich nicht. Noch sieht er mich nicht. Noch sieht er mich nicht. Haben wir hier irgendwas? Irgendwas, was wir brauchen? Was ist das? Yo, das brauche ich. Oh mein Gott. Oh nein, nein. Nein, bitte. Komm mir nicht nah. Ich habe ein... Wie nennt man das Teil? Ich habe ein Brecheisen. Und damit breche ich dir deine roten Schuhe. Ist es jetzt safe zu gehen? Oh, Bro. Ich habe so Angst. Ich habe gerade so unglaublich Angst. Okay, er ist gegangen. Er ist gegangen. Er ist gegangen. Aber er kommt wahrscheinlich wieder. Oh, wo ist er? Okay, bitte. Okay. Ich habe jetzt versteckt. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Versteck ist, aber ich brauche das Brecheisen, um das Holz aufzumachen. Oh mein Gott. Wo ist er gerade? Wo bist du, Ronald? Oh, er ist rausgegangen. Okay, dann machen wir folgendes, Leute. Wir schleichen uns Stück für Stück. Stück für Stück schleichen wir uns rein. Ich muss nur in die Küche. Ich muss in die Küche. Jetzt geht er in die Küche. Wir warten auf den Zeitpunkt, wenn er in das Bad reingeht. Und wenn er das macht... Wir sind immer noch bei drei Leben, Leute. Wir sind immer noch bei drei Leben. Okay. So. Jetzt. Jetzt. Let's go. 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 Okay, Freunde. Jetzt müssen wir hier. Eins. Zwei. Und? Ist er da? Nein, er ist nicht da. Oh, Leute. The Secret Recipe. Da ist sie. Die Geheimformel. Ich hab sie endlich, Ronald. Oh mein Gott. What's going on? Wir haben die Geheimformel. Er läuft uns hinterher. Oh mein Gott. Let's go. Nimm das, Ronald. Und was ist das hier? Wait. What? What? Wir haben die große... Die McDonalds-Filiale gesprägt. Was? Bro. Aber wait. Es gibt noch ein drittes Ende. Wie heißt das? Alter, die Lache war ganz gruselig. Ich hab mich wie der Joker angehört. Der Joker ist auch ein Clown. Also ich bin quasi der Joker und Ronald McDonalds ist der andere Clown. Okay. Eine Sache verstehe ich nicht. Wir haben noch ein drittes Ende. Wie soll ich dieses Ende freischalten? Wait. Da waren drei Türen. Und wir sind durch die erste Tür im Bad gegangen. Ich check's grad nicht. Moment. Da war noch ein Bad. Im Bad muss noch irgendwas sein, Freunde. Da war was. Oh. Jetzt geht er da rein. Ah. Bro. Ich weiß nicht. Wir haben da, glaube ich, noch eine Secret Tür gehabt. Da war noch eine geheime Tür, Freunde. Da war irgendeine geheime Tür. Vielleicht gibt's einen Raum, den wir noch gar nicht entdeckt haben. Okay. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Ich meine, es ist noch nicht safe. Es ist... Ah. Es ist nicht safe. Es ist nicht safe, Freunde. Es ist nicht safe. Kann sein, dass er jetzt nach draußen geht. Sieht's danach aus? Nein. Okay. Okay. Er geht zum Bad. Er geht zum Bad, Freunde. Er geht zum Bad. So. Und schnell, schnell, schnell. Alles klar, Ronald. Hier steht... Oh, wait. Da steht, Leute. This needs a key. Wir brauchen einen Schlüssel. Aber wo soll ich diesen Schlüssel bitte rausfinden? Jetzt mal. Alt F4 to open. Okay. Warte mal. Alt. Alt F4. Bro. Das hat einfach ernsthaft mein Spiel... Das hat einfach ernsthaft mein Spiel geschlossen. Oh, nein. Haha, Ronald. Nicer Prank mit dem Alt F4. Haha. Hätte ich drauf kommen können. Ich meine, ich wusste schon, dass es das Spiel schließt. Aber ich dachte, da ist vielleicht doch ein Secret oder so. Wenn wir das Spiel schließen, ist vielleicht irgendwas passiert? Oh, 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 oh. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Okay, Leute. Rein, da, rein, da, rein, da, rein, da, rein. Alter, Freunde. Wir gehen richtig ab. Oh Gott. Okay. Okay. Wir haben jetzt ein dickes Problem. Er geht wahrscheinlich durch die Tür. Wo kriege ich den Schlüssel her? Oh Gott. Warte, ich habe jetzt den... Hier, ich werde den benutzen. Warte, ich kann den noch droppen, ne? Ah, so kann man die Sachen droppen. Das war jetzt sehr dumm von mir, Freunde. Denn ich weiß nicht, ob Ronald McDonald jetzt gleich, jetzt hier durch die Tür durchkommt und dann sagt er... Äh, was sagt er, Alter? Say hello to my little friend oder sowas. Okay, Leute. Let's go. Come on. Hallo. Hola. Ronaldo McDonaldo. Geil, das ist ein neuer Name. Ronaldo McDonaldo. Hallo. Okay. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Ja, 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 ja. Wo finde ich denn den Schlüssel, Freunde? Warte, der muss doch irgendwo sein. Es gibt kein Büro. Es gibt kein gar nichts. Aber irgendwas hat es mit diesem Mülleimer auf... Wait. Was ist denn? Das ist der Schlüssel. Wir haben ihn gefunden. Wir haben den Schlüssel gefunden. Oh mein Gott. Leute, jetzt müssen wir nur noch ins Bad. Und dann werden wir noch ein weiteres Geheimnis von Ronald McDonald höchstpersönlich lüften. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die Fiale sieht eigentlich ganz nice aus, oder? Die sieht nicht so schlecht aus. Okay, come on. Aber wir sind ja ein bisschen zu weit weg. Ah. Ich kann reingehen. Ronald. Oh Gott, er sieht mich. Er sieht mich. Okay, Leute. Wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Ich laufe jetzt hier einfach straight diagonal. Jetzt ist er da. Wir warten auf ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mich fast. Er hat mich fast. Er hat mich fast so. Dann locken wir ihn hier hin. Dann gehe ich um das Schild herum. Okay, er ist weit genug weg. Er ist weit genug weg. Danke, Freunde. So. Alles klar. Okay. Und jetzt let's go, Leute. Let's go. Let's go. Let's go. Hilfe. Ich muss diagonal laufen. Das ist der schnellste Weg. Das ist der schnellste Weg, Leute. Okay. Schnell da rein. Schnell da rein. Schnell da rein. Schnell verstecken. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Okay. Leute, wir haben jetzt sehr gute Chancen. Wenn er mich jetzt nicht sieht. Wenn er mich jetzt nicht sieht. Hallo. Oh nein. Bitte. Bitte nicht. Ah. Er geht schon wieder ins Bad. Ah. Bitte nicht. Und jetzt geht er. Ah. Hast du schön einen Stuhl gemacht? So. Was ist hinter der Tür, Freunde? Jetzt werden wir es rausfinden. Es ist... What? Oh mein Gott. Es ist eine Pistole. What? Boom. 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 Yes. 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 Let's go. Das ist ein gut Ending. Wir haben das gute Ende freigeschaltet. Ronald ist down. McDonalds ist nicht down. Und wir haben die Geheimformel, die wir noch nehmen können. Let's go, Freunde. Okay. Geht noch nicht. Wir haben nämlich noch ein kleines anderes Spielchen für euch. Und zwar, Freunde, habe ich noch ein weiteres kleines McDonalds-Horrorspiel für euch. Wow. Alter, die Autos gehen ja extrem ab. Yo. Ey, da redet jemand. Hört ihr das? Cool. Oh, das ist wohl der innerstädtische McDonalds. Und yo, es ist hier wirklich voller Betrieb. Oh. Ai, ai, ai. Müssen wir uns eben anstellen. Okay. So, Leute. Können ich vielleicht vordrängeln? Ich habe Premium Pass. Ich will ohne Coupons bestellen. Werde ich bevorzugt? Ist die Eismaschine wieder kaputt? Warte mal. Ey, was haben die denn dann? Macfish? Big Mac? Boah, die Verpackungen sind alle so schön farblich sortiert. Das haben wir bei uns, glaube ich, gar nicht. Na gut, dann werde ich eben mehr kurz meine Hände waschen, bevor ich bestelle. Ich glaube, das... Tür geht automatisch auf. Okay. Äh, Bro. Ich wollte rein. Ey, yo. Ich wollte rein. Äh, okay. So, jetzt sind wir drin. Okay. Einmal kurz Hände waschen, Freunde. So, schön. Einmal Hände waschen, Freunde. Das ist ganz wichtig. So. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, Freunde, jetzt können wir unsere Bestellung aufnehmen. Und... Warum ist es dunkel? Bro. Oh. Yo. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Das ist nicht gut. Okay. Oh, wer ist das? Oh, warte mal. Können wir darüber reden? Wo sind hier eigentlich die Kabinen in der Toilette? Hier sind nur bis was? Oh mein Gott. Yo, wir rufen jemanden an. Ey, was? Wir rufen jemanden an? Hallo, ich hab ein Problem. Bro, ich hab ein Problem. Hier ist jemand in meinem Laden. Äh, im McDonald's. Alter, das ist ja richtig geil gemacht. Okay. Die hilft mir. Alles klar. Sehr schön. Okay. Alles cool, Leute. Alles cool. Wir dürfen den Laden nur nicht verlassen. Dieses Monster ist hier. Es hat mich vielleicht gesehen. Es weiß nicht, dass ich hier bin. Okay. Wow, die Decken sind sehr hoch. Es hat... Habt ihr das Klopfen gehört? Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, da wäre jemand. Oh mein Gott. Hallo. Bro. Hallo. Ja. Hier ist jemand, der an der Tür klopft. Okay, ich mach die Tür auf. Warum soll ich die Tür jetzt aufmachen? Oh, der ist immer noch da. Aber es ist niemand, der da ist. Oh! Warum lacht sie mich aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir gefällt das gar nicht. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Bro. Soll ich irgendwas machen? Yo, yo, yo. Wer lacht da? Bro, ich sehe gar nichts. Es ist okay. Oh. Okay. Oh. Nein, das war's, Leute. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Wenn ihr noch McDonalds-Videos sehen wollt, dann lasst den Daumen nach oben da. Nur bei 5000 Likes mach ich mal zwei. 5000 Likes. Let's go. Ich bin raus. Haut rein. Warte mal. Hier ist eine Wand. Ey, haut rein. Ciao. Ich bin raus. Ciao.